Ich habe gerade ein ziemlich großes 3D-Druckprojekt fertiggestellt, nämlich das Omni-Shelf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Projekt. Und was die Vor- und Nachteile davon sind, das erklären wir in diesem Video. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von mecorama.de und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Das Projekt hier hat echt ewig gedauert, muss ich sagen. Und ich war am Anfang, bevor ich es angefangen habe zusammenzusetzen, wirklich guter Dinge. Aber im Laufe des Projekts habe ich gemerkt, dass das Ding auch ein paar Haken hat, die nicht ganz so schön sind. Und darüber möchte ich gerne mit euch reden. Fangen wir erstmal an. Was ist das Omni-Shelf? Das Omni-Shelf, das ist jetzt noch nicht komplett fertig. Hier fehlen nochmal die Acryleinlageflächen ansprechend, weil ich die noch nicht bestellt habe, weil wir nicht wussten, ob das von der Größe her so weit in Ordnung ist, weil wir das gerne bei uns auch als Vitrine nutzen wollen. Aber im Grunde genommen ist das Omni-Shelf ein 3D-druckbares Regalsystem, um damit eure Tabletop-Figuren oder eure Figuren, wie zum Beispiel mal den Iron Man, der da unten steht, entsprechend darzustellen. Im Grunde genommen finde ich das auch ziemlich cool. Wir hatten auch direkt einen Verwendungszweck dafür bei uns hier im Haus. Das Coole an diesem Regalsystem ist, dass man es komplett selbst drucken kann. Natürlich bis auf die Schrauben und die Acrylglasplatten zum Verkleiden hier an der Seite kann man das komplette Regalsystem eigentlich komplett selbst drucken. Selbst die Einlageböden könnte man noch theoretisch selbst drucken. Warum ich das nicht gemacht habe und warum auch hier da hinten der Rücken nochmal rauskommt, das werde ich gleich nochmal erklären. Aber ich möchte erstmal auf die positiven Aspekte von diesem Regalsystem eingehen. Das ist nämlich an sich von der Idee her gar nicht mal so uncool. Vom Aufbau her finde ich es interessant, weil man einzelne Module erstmal hier entsprechend sich druckt. Die passen also auch auf den Mini oder auf den Voron Zero drauf. Das ist gar kein Thema. Und dann werden die ganzen Systeme halt zusammengesteckt und mit Schrauben verbunden. Das ist erstmal vom Grundgedanken her gar nicht verkehrt. Hat ein paar Schläbersteine. Und zwar, dass dann entsprechend durch die Anordnung der Schrauben diese Systeme halt ein bisschen, wie ihr hier sehen könnt, ein bisschen bubblig sind. Das wird wahrscheinlich später nochmal, wenn hier hinten die Acrylglasplatten entsprechend drin sind, nochmal ein gutes Stück stabiler werden. Allerdings hier vorne bei der Tür, die nur über Magnete dran ist, wird das Ganze wahrscheinlich nicht mehr wirklich viel bringen. Da sind nämlich hier so an den Eckpunkten oben Magnete drin. Das ist an sich ganz cool, weil man dadurch auch in den Dateien zum Beispiel, die man zum Download bekommt, auch nochmal ein Cover hat für diese Türfront, die ja an sich schon ein Cover ist. Aber man hat hier nochmal, was weiß ich, in verschiedenen Themenbereichen. Steampunk oder Fantasy oder Science Fiction oder so aus einer Richtung, kann man sich hier entsprechend nochmal Elemente drucken, die man hier drüber stülpt, die man dann auch schön bemalt, damit sie auch passen zu den Figuren, die man hier drin darstellen möchte oder zu den Objekten, die man gerne hier darstellen möchte. Das ist an sich von der Idee her richtig, richtig cool. Ich habe jetzt bisher darauf verzichtet, weil ich erstmal gucken wollte, wo hängen wir das hin, was kommt da rein, wie müssen wir das Ganze semen und dann überlege ich mir nochmal, ob ich dafür nochmal ein paar Rollenfilament entsprechend aufbrauchen werde, um dann entsprechend diese Verkleidung zu drucken. So viel dazu. Gedruckt ist das Ganze auch relativ einfach. Ihr braucht sehr, sehr wenig Support. Eigentlich nur an den Schrauben einlassen, dass ihr dort entsprechend, wenn ihr auf dem Druckbett seid, dass ihr da ein bisschen Stützmaterial habt und das Ganze sich am Schluss entsprechend schön zusammensetzen lässt. Und ja, ich sage explizit, auch wenn es gegen die Anleitung ist, an den Schrauben einlassen, weil ich habe gemerkt, dort, wo ich keinen Support gesetzt habe, habe ich dann umso länger gebraucht, um die Schraube durchzubekommen und das innen drin richtig schön sauber zu machen, damit die Mutter und die Schraube ordentlich zusammenpassen, als jetzt hier entsprechend mit Support. Und da muss ich sagen, okay, dann breche ich lieber ein bisschen Support raus und habe ein paar Gramm Material verschwendet, als jetzt mir da ewig einen abzurödeln, als diese, naja, fehlerhaften Druckelemente da innen drin nochmal sauber zu machen, um das so zu bereinigen, dass ich da ordentlich arbeiten kann. Klar, man sieht es nicht, aber es erleichtert einem die Arbeit auf jeden Fall schon mal. Gedruckt habe ich jetzt hier, glaube ich, die zweitkleinste rechteckige Variante, weil ich gesagt habe, okay, für das, was wir vorhaben, brauchen wir ein bisschen Platz. Und zum Glück hat auch schon der Anbieter, der Publisher von diesem Regal hier auch schon für diese Teile hier unten entsprechend schon, wie heißt es, gemergede Elemente, also zusammengefasste Elemente, ist es mitgeliefert. Das heißt, normalerweise sind es kleinere Elemente, damit man das besser variieren kann, wie groß möchte man das Regal haben, wie tief soll es sein. Und ihr seht schon, das ist schon relativ dick hier hinten. Hier hinten ist nochmal ein bisschen Platz für ein Netzteil von der LED oder so aus der Richtung, ja. Das brauche ich jetzt an der Stelle hier nicht, aber es ist halt vorgegeben durch den Bau von diesem hinteren Rahmen sozusagen. Und diese Teile habe ich genau einmal entsprechend für jede Ecke gedruckt. Das hat ausgereicht, das sind insgesamt vier von den kleineren Elementen. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt das Ganze ein bisschen flacher bauen, könnt ihr das natürlich auch machen. Das tut dem Ganzen keinen Abriss. Auf der Rückseite seht ihr, das sind die einzelnen Elemente, die man benötigt, um jetzt hier für dieses Element entsprechend die Rückbank zu bauen. Das heißt, ich habe jetzt hier entsprechend drei in der Höhe und zwei in der Breite, beziehungsweise von diesen Elementen hier jetzt drei in der Breite und vier in der Höhe entsprechend gebaut, damit ihr mal so ungefähr wisst, wie groß das Ganze ist. Ich blende euch nochmal die Größe hier unten ein. Und das hat eigentlich, relativ gut funktioniert, bis auf die Tatsache, dass es ewig gedruckt hat, weil es natürlich viele Teile sind und es natürlich eine Materialschlacht ist. Das heißt also, ich habe hierfür summa summarum, glaube ich, mindestens zwei, drei, vier Kilo PLA verschwendet und das inklusive Support zwar, aber Support ist da nicht wirklich viel dran, muss man ganz ehrlich sagen. Gedruckt habe ich auch ewig. Ich habe dann immer versucht, zwischendrin irgendwo, während ich was für die Videos vorbereitet habe, immer mal wieder was auf einen anderen Drucker zu schmeißen, der gerade nicht beschäftigt war, um das Ding endlich fertig zu bekommen. Deswegen ist die Druckqualität auch nicht konsistent, weil ich es halt immer auf unterschiedlichen Druckern gedruckt habe. Und ich muss sagen, an sich bin ich mit den Rahmenteilen soweit zufrieden. Hier vorne der Türrahmen ist an sich gut rausgekommen, ist halt nur ein bisschen flapsig, allein schon durch die Konstruktion. Da kommen wir jetzt mal ein bisschen auf die negativen Punkte zu sprechen, die ich jetzt an sich in dem Modell nicht gut finde. Die Rückwand seht ihr vielleicht so ein bisschen, naja, man sieht halt eindeutig die Kachel. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt versucht hätte, irgendwie das Ganze irgendwie jetzt so halbherzig irgendwo auf der Tischplatte unter jede Menge Dreck oder so in Richtung zusammenzuklemmen. Nein, ich habe mir wirklich, wie heißt das, erstmal eine Packung Flecke genommen und habe dann die Teile flach auf dem flachen Tisch genommen, habe das alles ordentlich gemacht und habe das mit Klemmen entsprechend zusammengeklemmt. Und dann hat man relativ schnell gemerkt, dadurch, dass die Druckteile halt immer ein klein bisschen Variation zwischendrin haben, was durchaus vorkommen kann, das haben ja auch andere bereits berichtet, dass sie sagen, sie sind von der Rückwand so an sich nicht begeistert, dass da relativ schnell auch mal hier so ein halber bis ein Millimeter Versatz zwischen den Platten halt auftauchen kann und das ist ziemlich nervig. Das haben sich die Entwickler natürlich auch gedacht, das ist die günstige Variante, die man sich selbst drucken kann, wobei günstig, naja, wenn man jetzt mal vergleicht mit einer Acryl-Class-Platte oder mit einer D-Born-Platte, was die fertig kostet und das Material kostet, was man hier reinsteckt, mindestens mal 20, wenn nicht sogar 30 Euro an PLA, je nachdem, wie teuer euer Material ist, was ihr gerade verwendet, dann macht es eigentlich keinen Unterschied und ich habe jetzt gesagt, okay, diese Rückwand hier kommt nochmal raus, da kommt nochmal eine ordentliche getönte Acryl-Class-Platte rein, vielleicht sogar eine gespiegelte, dass man hier so einen Infinity-Mirror-Effekt quasi dranpacken kann, also mit LEDs hinten, LEDs vorne oder einer Spiegel-Class-Platte noch hinten dran, dass das Ganze so ein bisschen einen tiefen Effekt nochmal gibt. Hier kommen auch nochmal Acryl-Class-Platten rein, da habe ich nachdem ich das hier zusammen gebaut habe, gesagt, okay, da verzichte ich drauf nochmal, die Böden jetzt entsprechend zu drucken, ganz einfach deswegen, weil ich auch schon vorher gesehen habe, dass die ab und zu mal durchhängen, weil das sind im Prinzip so ähnliche Elemente wie hier, nur dass die nochmal verschraubt werden und wenn da noch irgendwas Schwere draufsteht, dann hast du halt automatisch einen Durchhänger und das willst du nicht bei sowas Schönem haben wie dem hier. Der Rahmen an sich, muss ich auch sagen, ist relativ, ich mache mal hier vorne den Türrahmen soweit ab, der Rahmen an sich ist auch relativ stabil, ich denke mal, wenn jetzt da noch die ganzen Glasplatten nochmal reinkommen, für unten, oben, rechts und links an der Seite, dass das Ganze dann richtig stabil wird, einzig und allein hier der, da sieht man schon, das ist so ein bisschen wappelig, was da klackert, sind die Magnete, weil das Ganze natürlich mit Magneten aufeinander befestigt ist, ich würde mich tierisch drüber freuen, wenn man nochmal überlegt, vielleicht irgendwo hier in der Mitte irgendwo ein Element einzubauen, gerade wenn ich jetzt hier so, naja, jetzt zwar hier vier Elemente habe, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich habe nochmal hier in der Mitte ein Element, das wird das Ganze nochmal schöner und stabiler machen, damit es einfach dichter am Rahmen anliegt, an dem vorderen Rahmen, nicht den Türrahmen, dann kann der vordere Rahmen und dann der hintere Rahmen, also dass der Türrahmen und der vordere Rahmen nochmal dichter zusammenliegen, das wird das Ganze schöner machen und finde ich auch nochmal eine Nummer stabiler machen, denn gerade jetzt sieht man so ein bisschen da, na, wo ist es, hier, da wackelt es halt ziemlich noch dazwischen, das heißt also, es steht auch von sich alleine schon ab, da kann ich quasi durchgucken, das finde ich nicht ganz so schön. Da muss ich mir nochmal was überlegen, ob ich vielleicht, wenn ich jetzt hier entsprechend die ganzen Platten drin habe, nochmal gucke, verzieht sich das nochmal klar, hier kommt auch nochmal eine Akulglasblatt daran, vielleicht verzieht sich es dann nicht mehr, das weiß ich nicht, aber notfalls gehe ich hin und klebe das nochmal fest, ja, das ist halt natürlich auch eine Methode oder ich design mir nochmal ein Teil, wo ich hier nochmal entsprechend irgendwo ein Magnet reinpacke und das eine Teil dann hier in der Mitte ersetze, das ist dann auch kein Abriss, aber das würde ich mir noch auf jeden Fall noch wünschen, dass das noch nachkommt. Ansonsten beleuchtungstechnisch, haben die Designer auch ein bisschen was vorgesehen, zum einen gibt es Klammern, mit denen man auf der Rückwand noch so ein Netzteil vom LED und den LED-Streifen dran festmachen kann, das ist allerdings gedacht wie diese kleinen Baumarkt-LED-Teile, also nicht für so ein großes, was weiß ich, minuellen Netzteil oder so, was man ja auch gerne mal verwendet, um die LEDs zu betreiben, nein, das ist jetzt hier so ein stinknormales, kleines, weißes, rechteckiges LED-Netzteil, das brauche ich allerdings nicht, weil ich hier eins habe, was direkt an der Steckdose quasi hängt, das Netzteil, was ich aber hier noch brauche, sind hier natürlich die LEDs, die hier nochmal am Rahmen reinkommen, die dann hier oben quasi verlegt werden und am Rahmen verlegt werden, dass quasi von vorne das Ganze beleuchtet wird und dann überlege ich mir vielleicht nochmal hier die Acryl-Zwischenböen nochmal entsprechend zu beleuchten, damit das Ganze auch noch ein bisschen schick aussieht. Ja, insgesamt muss ich sagen, ist es ein cooles Projekt, würde ich es nochmal machen? Nein, würde ich es nicht machen, denn es ist einfach, finde ich, noch viel zu wackelig, vielleicht wird es später nochmal mit den Acryl-Glasplatten ein bisschen stabiler. An sich, ja, okay, was mich halt stört, sind nochmal hier diese ganzen Übergänge, da bin ich echt am überlegen, weil es halt auch bei uns unten in der Wohnung hängen soll, ob ich da nicht nochmal hingehe und ein bisschen Zeit investiere und diesen Türrahmen zumindest mal, nochmal spachtel, schleife und dann lackiere, damit der wirklich perfekt aussieht und damit wären wir schon am Ende des Videos angekommen. Den Link zum Projekt und zu allem anderen Drum und Dran findet ihr unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen lieben Dank auch an unseren Sponsor PCBWay und natürlich vielen, vielen lieben Dank an meine Patrionen, die mich mittlerweile immer zahlreicher unterstützen und in diesem Sinne, heute ist allein, happy printing und ciao! Bis zum nächsten Mal!